Du willst keinen Stress mit dem Mastiff, Mann, aber alle Leute rennen vor dem Mastiff, Mann. Yo, meine Freunde, was geht ab? Und willkommen zu einem neuen Banger auf meinem Kanal. Heute war ich mal wieder mit Bloodhound unterwegs und ich hab die Mastiff ausgepackt. Und ich hab sie sowas von ausgepackt. Ey, ich hab zwei Jahre kein Apex mehr gespielt, aber die Mastiff schmeckt, sie schmeckt immer noch. Und aktuell, es macht wieder richtig Bock. Ich bin voll im Rankrun drin. Wie man sieht, in diesem Match, Gold 2, seitdem hab ich auch nicht mehr gespielt. Heute geht's vielleicht ein bisschen weiter und wenn euch das Video gefällt, wenn ihr Bock habt, mehr Apex zu sehen, ihr wisst Bescheid, schreibt irgendeinen Bums in die Kommentare, pusht den Algorithmus und das Support, dies, das. Wisst ihr Bescheid, genau. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann lass mir doch gerne jetzt schon mal ein kostenloses Abo da. Dann wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn neuer Content von mir kommt. So, Freunde, ich würde sagen, genug rumgelabert und ab geht's ins Game rein. So, Freunde, ich würde sagen, noch mal. Ich habe einen Schlag, ich habe einen Schlag, ich habe einen Schlag. Es kommt auf! Es ist okay, schnell schnell! Ich bin schnell! Ich bin schnell! Es ist okay, schnell schnell! Es ist gut! Es ist gut! Ich glaube! Es ist gut! Der Erste, der sich wiederholt! Das ist gut! Ihr könnt euch nicht mehr Schaden aufbauen! Es ist gut! Es ist gut! Es ist gut! Ich werde es nicht mehr so gut! Es ist so gut! Es wird nicht mehr so gut! Es wird nur noch so gut! Es geht nicht mehr so gut! Es wird nicht mehr so gut! Das war's für heute. . 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 Schreibe auf, sorry, come on. Das ist ein Hubschrauber. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.